hallo meine lieben und willkommen zurück und ja wir sind hier am rätseln und wir haben es tatsache geschafft dass wir das ding hier auf haben nach langem hin und her und ich musste zugeben oder ich muss zugeben ich musste auch mal kurz in einem anderen let's play schauen wie es funktioniert aber jetzt haben wir es ja doch irgendwie geschafft sind wir hier ich habe keine ahnung was wir hier wollen ja nein habe ich nicht das wird schön langsam mittlerweile immer 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 komischer und irgendwie das was ich so suche bin ich auch nicht so was wie ein messer oder weitere sachen die ich an diesen spieldingen hängen kann ist hier vielleicht irgendwas alles niederwalzen und hauen aber in der tatsache ja das sollte man vielleicht nehmen noch mal eins kann auch nehmen aufsteigen ja nicht der richtige zeitpunkt nicht der richtige zeitpunkt wann ist dann der richtige zeitpunkt bzw ich glaube das ist nur in der in der rakan story vom belang weil da weiß ich dass man da hoch muss ich weiß auch nicht welche flüssel da passen könnte der ist es auf jeden fall nicht was ist das ja schon klar schock schock hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal ganz ehrlich, hier wird auch der richtige Ort für irgendwelche Messer Na ja, jetzt kommt sie wieder, jetzt bin ich gleich wieder hin Ja, gehen wir hier durch Ich glaube, da haben wir sie dann etwas abgeschüttelt Aber hier oben kriegen wir ja auch nichts mehr Das ist ja nichts, das weiß, ne? Hier war nichts zum Zerbrechen Kann hier auch nichts mit den Bildern machen Kann hier nur wieder runter Na klar, babygeschrei Auch das will man hören in so einem Spiel Nicht Nicht Na, jetzt hatte ich gleich wieder ausgeschissen Ich weiß auch ganz genau, wie es läuft Dass ich dann wieder hin bin So, vielleicht kann man da jetzt mittlerweile Nee, kann man nicht So, jetzt bin ich offiziell Hänge ich jetzt fest So richtig, richtig Bin official stucked Hier hinten ist zugesperrt Hier hinten ist zugesperrt Da brauchen wir nicht hin Können wir auch nirgendwo Jetzt müssen wir wieder runter Um raufzukommen Huh 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 Vielen Dank. Ja, alles schick, Glühbirne und so weiter. Hilft mir das? Nein, das hilft mir gerade nicht. Ja, da ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise verwenden kann. Ja, da geht es wieder dahin. Hier ist auch nochmal ein Feuer. Ja, ja. Ja, da geht es noch. 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 Ja, ich denke, das war es jetzt mal für heute. Das war eine extrem kurze Session, weil ich gerade echt am Verzweifeln bin. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Deswegen bin ich für heute mal raus. Ciao.